In Berlin gibt es wunderschöne Orte, wo man mit dem Hund hingehen kann. Zum Beispiel nach dem Wannsee. Da gibt es einmal die Pennerwiese. Das ist in der Wadenstraße. Da ist in der Nähe an den Jüngerberg. Da muss man kurz ein bisschen zwischen Bäumen und so durchlaufen. Und dann kommt man an diese wunderschöne Pennerwiese. Da muss man auch keinen Eintritt bezahlen. Ich finde es eigentlich auch recht leer. Wie man sehen kann, der Hund hat echt viel Spaß. Da fährt man einfach bis Berlin-Wannsee. Mit dem Bus 111 Richtung Hackenshof. Bis zur Haltestelle Haus am Wannsee-Konferenz. Oder man fährt halt mit Autohin, wie wir das gemacht haben. Die Percene gehört immer hinten mit dem Koffer rum. Das ist echt witzig. Da kann man sich Boote ausleihen. Und das sieht aus wie so ein Auto, was auf dem Wasser ist. Das wäre wirklich. Da kann man sich auch Motorboote ausleihen. Und bis zu 15 km. Ohne Führerschein frei. Und hier kann man echt entspannen. Da gibt es ein bisschen Sand. Der Hund ist entspannter auch. Auch schön und viel. Es wird auch nochmal nicht weit fahren. Und der Hund hat auch schöne Ecken. «In diesem Video zwar geholfen, ist man communications chairinifeuer. Wobei jogoável geht hier nicht Equinoirmes helfeiert." Da ist dein zu einem Ausging substantial noch nicht. lovgleiche Iron caminho dazu. Es ist ohne alles S Shよし nicht Moyes und ehrlich macht. Aber DJ ist in einem Ó, was waggанием für sie. Vielen Dank.